Willkommen, wir haben ein bisschen Zeit, nein, ich habe, du hast, du hast Zeit vergeudet, indem du aus Versehen auf die Windows-Taste gedrückt hast. Ähm, hm, aha, ja, doof, mag ich nicht, deswegen möchte ich da auch nicht hinfahren, wo A ist. Und da, wo A wohnt, will ich nicht hinfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir sonst machen, zu A fahren. Aha, 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 ja, ich habe mich jetzt gerade deswegen umentschieden, weil man eventuell doch ein paar Punkte holen kann hier, deswegen spielen wir ja das Ganze. Also, ein wichtiger Punkt ist, da gibt es halt noch ein paar Möglichkeiten, sich zu verstecken, wenn man schnell genug ist. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Okay, da ist schon mal ein Jaff-Krieger, was total geschaut ist. So, wo ist denn die, komm mal da durch. Ne, ach, du Scheiße, ach, du Heiliger. Leopard, oh oh. Ja, 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 jetzt mach, 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 fahr, fahr, mach, fahr, mach, fahr. Okay. Hier. Oh, shit, hier. Oh, shit, ich glaube, oh Gott. So. Hier ist in der. Hello. Listen, who ist in der? Listen, what ist in der? Listen, wir sind da. Oh, shit, ich glaube, ein Schiff. Oh, shit. 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 Hallo, wo ist dich? Ach du, ach du, ach du, ach du, ach du, ach du, heilige. Ich muss halt jetzt erstmal gucken, dass ich hier irgendwas abonniert bekomme. So. Ui. Wir brauchen Artillerie-Unterstützung. So. Oh oh. Wo kam der her? Ah, das war auch von uns. Okay. Schieß mir nicht das kaputt hier. So. So. Oh. Oh. Geht hier! Unser Sektor liegt unter Anzellerie geschossen. Der Weintrall ist mit einer Anzellerie-Fallkarte in der Karte. Aber der ist schon interessant hier, würde ich mal sagen. Will mir dich etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ein Jagdkiger steht da vorne. Okay. Können wir mal wieder unsere Artillerie wiederbekommen? Was für ein Arsch. Aber shit. Ich kann nichts mehr reparieren, ich kann nichts mehr machen. So. Ui. Wir erobern. Na dann. Können wir nochmal mit? Ah. Du. Hallige. Scheiße. Äh. 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 Kann man sich das aussuchen, oder was? Mann, jetzt mach! So, mach, 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 mach. Shoulders…… Name die Sch joyce…… Ne analytisch Öficzisi…… Döddung! Argh. Sheikh Der Fall hat einen Erzelleriee Werk angefordert. Die Oh shit Oh shit Alter Ah man Das war der Mist, alter Ja, fahr einfach los, Sack Was war denn das wieder für ein Teil, alter Alter Ja, das war schon jetzt ein ziemlicher Mist, ehrlich gesagt Ich hätte den gerne noch zurückgezogen, aber auf der anderen Seite, der war schon ziemlich, der war wirklich demoliert Interessant ist schon, dass die bisher noch nicht den Punkt beobachten konnten Der Feind siegt gegen Angriff, jetzt So, ja, dann machen wir nochmal eine hübsche, schöne Eine hübsche, schöne Ja, ich denke, selbstfahrende, selbstfahrende, selbstfahrende Flugabwehrfahrzeug, ach du lieber Gott Das ist echt viel Dann wollen wir mal gucken, dass wir da jetzt parat kommen Ah man, nein, zu früh Der Trafen Punkt war angreifen An mir orientieren Der kommt neben Ja, das könnte schon jetzt was werden Wir müssen halt jetzt auf den, auf diesen blöden Tiger aufpassen Aufpassen, ne So Ah man Kannst du bitte Kannst du bitte Kannst du bitte Mist Wir müssen dem Feind mehr Zug setzen Sie sind dabei zu gewinnen Willkommen geben Oh Gott Ja, der Mist Scheiße Halt, was war das denn Ja So Jetzt gucken, dass wir den Ja, hier geht's auch hier. Shit. So. Sehr gut. Das war doch mal echt eine Teamleistung, würde ich sagen. Okay. Jetzt ist natürlich eine richtige Frage, was wir machen mit den Ronnen. Man kann natürlich jetzt gucken. Vielleicht den... Oh. Da ist ein Amerikaner. So. Mal gucken, dass wir hier gehen. Irgendwie. Oh. Okay. Set. Ah, who hiding an? Äh. Gucken, ob da ein Panzerjäger uns widerstehen kann. Ah, der. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Okay. Gut. Dann können wir jetzt dadurch mal anrollen. Haben wir den T-Shirt weg, oder was? Krass. Dann machen wir jetzt mal den Jagdpanzer noch fertig. Dann ist der Weg relativ frei, würde ich sagen. Ja, okay. Das war eine relativ eindeutige Sache. Jetzt mal vom Guten. So. Ronian. Ist der auch weg? Doch ein Jagdpanzer. Ist nicht gut. So. 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 Wir haben zurückgedrängt. Ist ja krass. Ist ja echt krass, Alter. So. Dann müssen wir jetzt aber jetzt vorwärts. Ähm. Haben die... Haben die echt... Haben die wirklich... Das ist ja echt übel. Haben die wirklich jetzt... den... 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 den Dingsbumstiger weggeknallt, oder was? Hallo? Da bist du Matthias? Ja. Ja. Ist jetzt wieder... Wir können jetzt leider nicht den... den Panzer geschwimmen lassen. So. Aber hier ist ja wirklich einiges los. Kannst du nicht anders sagen. Mist. So. Das hatte ich lange nicht. Wow. Okay. Das hatte ich wirklich lange nicht. So. 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 dass man ein Spiel gedreht hat und mit einigermaßen ebenbürtigem Gegner hatte. Das hatte ich sehr sehr lange nicht. Keine Maus. Nur wenige Jagdtiger. Ähm. Das ist schon echt krass. Okay. Ja. Dann macht es auch wieder mehr Spaß, ne? Also war schon cool. War sehr unterhaltsam das Ding hier. Muss ich echt sagen. War sehr spannend. Ja. Also. Richtige Entscheidung auch gleich dahin zu gehen. Und so weiter und so fort. Können wir uns selber loben. Oder einfach es gut finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.